Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Hörig. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Lägt mich am Arsch. Shiggy Miki, kann ich zu Hause machen? Shiggy Miki, kann ich zu Hause machen? Das ist doch ein Kloppo. Ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder ein Telefon. Donut. Der Schmerz war das Gaspedal. Das ist ja geil. Das ist eine Drohung, nehmt ihr den. Claudia, was hast du denn jetzt schon wieder? Ich glaub, die Russen sind da. Ach, wie schau mal aus, wie hat man jetzt hier es denn nach dem Russen? Das ist Wärmer. Werner war das genau. Wärmär. Ich glaub, die Russen sind da. Dein Hart oder das Lied dazu, ne? Genau. Frau Ränzen, Sie sind heute so gut, als waren Sie beim Friseur? Sind alle da, oder? Jo. Gut. Ich bin mal los. Stoppa, darfst loslegen. Fulltimer hatten wir eben doch schon. Ja, ich bin eben. Toro noch ein bisschen weiter weg, bitte. Weiter weg. Ja, ist weit. Sag mir, wenn du zwei Depuffs hast, dann will ich ab. Oder warte, ich hab schon Akku. Jetzt müsste mal jemand sagen, wie viel Depuffs ihr da habt, Gruppe 3. Wieder rein. Ja, ich hab grad gesagt, dass ich rausgehe. Das kam nicht an, dann muss bei uns der Jäger rein. Und deswegen hat's jetzt nicht geklappt, weil wir es nicht mitbekommen haben. Ja. Hat man gespottet? Hab nix mehr? Jo. Gibt's da nicht. Ja, ja. Heilung bitte einstellen, dann können wir noch ein paar Trust machen. Ja, könnt ablegen. Ja, alles. Ist ja nicht schlimm. Nö. Es bedarf einiger Übungen, alles gut. Ich hab im Teamsweek nichts gehört, also... Aber er hat gesagt... Ich hab gesagt, Opti geht raus. Genau. Ja. War ich zu sehr im Atenellerin raus. Hahaha. Wie sie alle tun, als ob sie tot wären, ne? Einmal Barfoot gespart. Yes. Boah. Ja, ey, du Sparfuch. Hätten eigentlich liegen bleiben können, dann hättest du uns alle retten können. Jo. Wird gepfohlt in 5. Oh, schnell. Nein, ich bin da. Oh, der ist ran. Hahaha. Wo ist die Gruppe? Hahaha. Das sind die Drogen. Nee. Ja, das mit dem Pult haben, ist ja nur für uns Idioten, die übelst DPS fahren wollen mit dem Preport, weiß. Ich hab noch welche von Pandera, deswegen... Ja, die reißen total raus. Ich hab mir gestern erstmal 250 gemacht. Dahin! Topper, musst du eigentlich so nah an den Boss ranrennen? Oder kannst du von ein bisschen weiter weg... Ich hab immer Probleme, dann nicht reinzustellen, wenn ich nur noch die Hände von dem Boss sehe. Haha, ja. Nee, kann auch gar nicht stehen. Ja. Nee, Gang, ich trau' das Blum auf meine King. Leckere Essen auf dem Tisch bekommt man Hunger. Ich denke, den ganzen Tag kann man besser werden. Wie viel Wachstum? Ja, klar. 20 Stuhl-Diode. Hahaha. Manche wachsen halt ein bisschen länger. Ich sag dazu jetzt nichts. Aber wenn, dann nur noch in die Breite. So. Wer dann ready ist? Ja, genau. Gar mit langen, aber in die Breite. Und hier, dann ziehe ich gleich weiter. Und sie stehen auch schon herum. Ja, aber das mein' ich ja. Wer jetzt ready ist, dann bitte auch auf die Position gehen. Kommt jetzt noch ein Ratschatschick. BAM! BAM! So schön durch die Kombination. BAM! So. 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 Jetzt den DWM-Punkteil noch an. So. 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 Stimmt was nicht. Ihr seid zu viel über euch in der Gruppe. Jetzt haben wir den Ersten erst. Jetzt den Zweiten. Jetzt könnt ihr euch wieder zusammenpacken. Wart mal ab. Jetzt habt ihr den Ersten. Jetzt haben wir zwei Stapel. Wie geht ihr das? Wer hier was ein Stapel hat? Unter deinen Barsen und die Dinger. Opti geht wieder raus. Jo. Neben der Minikarte, Daniel. So, wir den Ersten. Opti bleibt noch draußen. Ja. Ich habe noch vier Sekunden, bis er weg ist. Jetzt wäre er weg. Das stimmt. Ihr seid doch trotzdem vier. Ihr seid zu viele da drüben. Das stimmt doch was nicht von der Aufteilung. Ob die ist noch zu nah dran. Naja, aber er ist so weit hinten also eigentlich. Uh. Gruppe 3, seid ihr da zu dritt? Ihr seid doch zu vier oder zu fünf. Ja. Ob die ist wieder drin? Ich glaube, das ist nicht. Also drüben die Gruppe muss man gleich nochmal optimieren. Also ihr steht auch ganz, ganz schlecht. Das sind doch auch sechs, sieben Leute, oder nicht? Alright.